So, wenn ich hier das Feuer anzünd, bekomme ich EP. Lage hier. Oh, moin! Was ist jetzt los? Das ist jetzt ein Drehwurm hier. Jetzt mach doch was! Danke, aua. Mach nochmal was. Gut. Mach ich halt was. Bitteschön. Der hat mich immer noch nicht bemerkt. Bist denn du für einer? Oh, servus. Du brauchst mich immer noch. Oho. Das war knapp, Leute. Hey, du, kann ich dich backstabben? Oho. Nix für ungut, ne? Aber ich mach hier mal so ein Abbild. Ich wollte... Was ich eigentlich sagen wollte, ich mach hier mal so ein... Kurzen Moment, bitte. Kommen wir zum Punkt zurück. Ich werde jetzt hier mal so ein Abbild machen, damit ich euch einfach backstabben kann. Ich hoffe, das ist euch recht. Funktioniert wie geschmiert. Und jetzt noch mal so ein Abbild machen, damit ich mich nicht mehr so ein Abbild machen kann. Die Kamera findet es zwar nicht so toll wie ich, aber es hat eindeutig funktioniert. So. Was gab's denn hier unten nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Ach, ne Truhe. Genau, das war dieser Shortcut, oder? Ne leere Flasche. Yes. Haben wir schon 13 Tränke. Das ist doch ordentlich, was jetzt. So, und jetzt sind wir... Ja, genau. Jetzt sind wir wieder da, wo ich gesagt habe, wo wir diese Rolle da direkt gefunden haben. Und ich von diesem Shortcut geredet habe. Kann ich da runter? Es sieht irgendwie verlockend aus, aber... Doch, da ist eine Truhe. Die habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Sowas aber auch. Wer da mit? Und ein Großschwert. Und eine leere Flasche. Wow, ich werde gerade mit leeren Flaschen überhäuft. Äh, Großschwert. Das würde mich jetzt aber interessieren, wie gut das ist hier. Gutschwert. Hammer, Dolch, Kampf, Großschwert. Ist das das? Kann nicht sein, das ist viel zu schwach. Gutschwert, stark. Großaxt, Clownfang. Ui, das sieht ja übel aus. Großschwert, letzter Wille. Das kann es aber auch nicht sein. Großschwert, Codex, kann es auch nicht sein. Großaxt, Klebe, Klebe, bla bla bla. Großschwert, Bestärk, kann es auch nicht sein. Dann halt nichts. Die leere Flasche nehme ich trotzdem mit. Wo komme ich jetzt überhaupt raus? Nee! Oh no, 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 no. Ach, Gott, nein. Das können Sie doch nicht machen. Sie werden mich vor dem Bösen bewahren, denn sie wurden zu der Zeit errichtet, als die Abtei erbaut wurde. Um Kreaturen aus anderen Welten fernzuhalten, damit sie nicht zu unseren begrabenen Helden gelangen. Fängt der Bosskampf auch an, wenn ich aus dieser Richtung komme? Ich befürchte schon. Hallo? Guten Tag. Wie? Die Antwort auf die Frage ist ein eindeutiges Ja. Wups! Wups! Und hops! Wups! Wups! Nächster für dich! Oje, ich bin gestunnt, ich bin gestunnt! Hallo! Und zack! Du bist einer der schwereren Bosse, ne? Finde ich zumindest. Heilen! Servus! Servus! Wup! Oje! Gestunnt, gestunnt! Nein, 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 nein! Ah, verdammt! Du wirst eigentlich bald wohl in deine nächste Phase gehen. Hier! Phasenwechsel! Ich hab gesagt Phasenwechsel! Du Spinner! So! 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 Wie? Wie? Derrick! Dankeschön! Verdammt! Servus! Mauer! Hörst du mal auf, du kleiner Pahne! Bastard. Ich heil mich mal, wenn's recht ist, ne? Ja, so wirst du mich aber nicht treffen, mein Freund. So, wenn du mich entschuldigst. Stirb. Ach Gott, stirb. Danke. Aua. Aber ich hasse diese... Mistkröten. Zwei. Und drei. Bitteschön. Und hoch da. Ja, wenn man die Mechanik einmal durchschaut hat, ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer. Das ist halt echt fies, wenn ich das Ding hier einfach mal one-hitted, ne? Servus. Servus. Das war daneben. Ups. Ups. Und Ups. Ein Schlag. Nein, nein. Ah, zu langsam. Au. Wieder zu langsam. War noch bestaggert. Schlag. Hops. Und hops. Tier. Für dich. Ausweichen. Ah, Jesus. Weicht doch aus. Heilen. Was? Da hinten. Einmal. Der zweite geht sich nicht aus, oder? Nee. Dann töte ich dich eben so, mein Freund. Eins. Zwei. Drei. Oh, oh. Eie. Nicht gut. Autsch. Ah, da mache ich ihm ja so gut wie gar keinen Schaden, ne? So, machen wir mal hier dieses Ding hin. Da regeneriere ich, okay. Ach, der stirbt dabei einfach. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Ausweichen. Ach, das heißt aus... Du Deppst heißt ausweichen. Ach so, ja. So, wenn du mich entschuldigst. Stirb. Servus. Zwei. Oh, oh. Nicht. Dürfte ich ihn bitte töten jetzt? Danke. Aua. Heilen. Danke. So, eins. Zwei. Drei. So, Tots. Immer wiedersehen. Ah! Der Friedhof wurde geplündert. Die größte Verwüstung findet man am Grab dieses Mörders, des Heuters. Ist dies das Werk eines Räubers? Oder hat sich der Mörder aus seinem Grab erhoben? Niemand glaubt mir, aber diese verfluchte Seele muss zur Ruhe gebettet werden. Wusste das? Aber die Menschenschädel einsammeln, die brauche ich nämlich für diesen Krug. Wieso waren wir denn hier überall? Ich hab bis jetzt immer noch kein Zeichen mit diesem blöden Ring gesehen, ne? Als die Richter den Kontramanten verschwanden die Roga und mit ihnen der gesamte Tempel. Die Menschen sagen, dass man manchmal im Gebirge der Hand Gottes ein Trugbild des Tempels sieht. Könnte es sein, dass er irgendwie in eine Art andere Dimension gezogen wurde? Gut, dann hab ich mir das Ganze hier gespart. Hier eben mal speichern. Äh, meine Punkte. Äh, hab ich hier ein Stück zu wenig für ein Level Up. Aber ist egal. Lassen wir mal so. Bist die mal da rein. Hier gibt's ne Truer. Und da oben ist nämlich noch dieser eine Riss. Den ich auch noch. Geisterrufsplitter schon wieder, ja? Guten Tag, Sir. Mist, Vieh. So. Kann ich den auflesen? Nee. Ja, moin. Aua, aua, aua. So, dann müsst ihr hier... Ja, der Riss. Oder wie heißen die Dinger? Die heißen doch Riss, oder? Ich glaub. Weiß es jetzt gar nicht. Challenge! Ja! Weil ich die ja so gern mach, ne, diese Challenges. Mach dich bereit. Ja, ja, ist gut. Werden die jetzt irgendwie auch schwerer im New Game Plus? Oder sind sie im Prinzip nochmal... Ich glaub, es sind an sich nochmal dieselben Gamer, ne? Nur halt in Stärker. Ah, verdammt. Das war jetzt voll daneben. Komm, schlag zu! Ja, perfekter Schildschlag. Da hab ich genug Zeit, dich zu backstabben, mein Freund. Eigentlich würde ich ganz... genau. Geh'n zu ihm hierhin. Aua. Lass das. So. Einen. Kann ich nicht. Okay. Dann halt so. Das muss, das muss. So, da kommt einer raus. Da rechts kommt auch einer. Und da links kommt auch einer. So, du. Backstab. Backstab. Dann ausweich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.